... sind so lange ungeschlagen. Das ist die längste Serie der Baller League-Geschichte. So, und die Gönagy-Cheerleader, die sind meines Erachtens auch hier. Das wurde mir zumindest geflüstert. Da sind sie! Gönagy, 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 Gönagy! Ganz stark. Und Maxi Beister huscht noch ganz schnell an ihnen vorbei und geht als Letzter zum Mannschaftskreis. Und ich sag euch, der Tanz wird hier teilweise in der Hälfte von Beton Berlin aufgeführt, wo die sich gerade noch warm gemacht haben. Die gehen jetzt aber auch zurück in den Mannschaftskreis. Also Stimmung passt schon mal hier. So, Gönagy liefert. Das sollen sie gleich aber auch fußballerisch tun. Und das können sie. Und das haben sie gezeigt in der vergangenen Woche. Mit dem 7 zu 0 gegen die Protators. Der höchste Sieg der Baller League-Geschichte war das. Die Halle, wie jeden Montag, bis auf den letzten Platz besetzt. Und dann gehen wir rein. Gameday 9, Spiel Nummer 1. Die Gönagy Allstars gegen Beton Berlin. Die Gönagy Allstars gegen Beton Berlin. in der eskalativen Veranstaltung. Auch die Beton-Berlin-Fans sind da. Wahnsinn, was geht hier ab? Schon vor dem Anpfiff. Balboa Grafati, der Referee, ist auch da und er wurde auch ein wenig überrascht von der geballten Fanmasse hier. Und Taifun Pecktürk, der Trainer von Beton-Berlin, schwört seine Jungs an. Felix Lobrecht auch dabei, genau wie Kontraka. Und der ein oder andere Drittliga-Kenner hat es vielleicht gesehen. Auch Marco Königs ist wieder dabei als Wildcard-Spieler bei Beton-Berlin. Unter anderem ehemals bei den Preußen aus Münster aktiv gewesen. Da ist Marco Königs. Und Maxi Beister mittlerweile Dauer-Wildcard-Spieler bei Gönnergy. So, jetzt ist das Spiel freigegeben. Beton-Berlin in den blau-weißen Trikots. Die Gönnergy Allstars in grünen Hosen. Unten laufen die Mannschaften durch, die einzelnen Spieler. Krasici, Riesenleistung gezeigt letzte Woche beim 7 zu 0. Genau wie Okan Dönmez, der Mann mit der Nummer 7. Und das ist die Truppe von Beton-Berlin. Läuft ebenfalls unten durch, ich habe da gesehen. Krasici eröffnet und Dönmez, Riesenspiel gemacht letzte Woche. Dönmez! Und Marcel Reisgis gegen Aljesi im Nachfassen. Erster Annäherungsversuch kommt von Dönmez. Chet, ich kann euch versehern, die singen nicht. Union Berlin. Oh, Beton Berlin. Maxi Beister kurz und zufrieden mit der Gesamtsituation. Beton Berlin ist ja so schwach reingestartet, hatte so ein bisschen Probleme in den ersten zwei Spielen. Da sehen wir Felix Lobrecht. Aber danach hat das Team von Contra K und Felix Lobrecht sich so gut reingeworfen hier. Seit dem dritten Spieltag, ohne Niederlage. Und warum nicht mal aus der Distanz hier abdrücken? Typhoon Peckdirk. Mittlerweile ist es so laut, ganz schwierig für die Trainer, die Jungs auch zu erreichen hier in diesem engen kleinen Ding in Köln-Ossendorf. Dönmez macht das gut. Das erste ganz dicke Hurra. Vierte Minute kommt durch den ehemaligen Drittligaspieler Marco Königs. Was ein Ding. Wer wird Player of the Game, scannt die Pre-Match-App und dann könnt ihr entscheiden und voten, wer der Spieler des Spiels wird aus eurer Sicht. Maxi Beister. Maximilian Beister. Wäre die Möglichkeit in die Mitte zu geben. Goalie ist da, gibt die erste Ecke und neben Felix Stark dem Founder Lukas Podolski hier auch in der Halle mit Maradona-T-Shirt, wenn ich das richtig sehe. Maxi Beister. Ja, relativ isoliert da links. Kack da, kriegt er nicht mehr rumgezogen. Ich kann euch übrigens auch sagen, wo wir gerade Lukas Podolski gesehen haben, dass eine Abordnung aus dem Saarland heute auch angereist ist. Große Teile der Truppe vom FC Saarbrücken ist heute hier die Pokalhelden, die Gladbach rausgehauen haben. Ja, Chris Kramer ist auch da. Also die Truppe vom FCS heute auch hier. Unter anderem Patrick Schmidt, der zwar nicht gespielt hat, aber der die Truppe hier so ein bisschen anführt. Und neben dem Fels. Reiskis. Sehr eng alles. Wir haben das schon letzte Woche gesehen, dass die Jungs von Gönner G taktisch sehr gut eingestellt sind. Deutlich besser. Letzte Woche kein Tor kassiert. Gegen die Protators machen das sehr, sehr stark. Meist mit so einem Zweieraufbau. Krasnici, der sich dann dazwischen die Linien fallen lässt. Und so eine Art auf dem großen Feld, würde man sagen, Sechser den Verkehr regelt. Jetzt aber erst mal Beton Berlin. Gönner G hat aber einen herausragenden Keeper mit Niklas Reichel. Ihr seht das oben, wenn ihr neu dabei seid. Über den Zahlen. Das sind die Ecken. Bei drei Ecken gibt es einen Penalty. Und Marcel Ebeling mit dem nächsten Abschluss. Deutlich mehr Selbstvertrauen bei den Gönner G Allstars. Als noch zuletzt nach dem heftigen Sieg letzte Woche gegen die Protators. Marco Königs, der neue Fixpunkt vorne drin. Das zweite Mal in Folge Wildcard-Spieler. Mit der 33. Die hat er damals auch schon bei Preußen Münster getragen. Der ist natürlich ein Stürmertyp, den du vorne gebrauchen kannst. Das meine ich. Krasici. Erster Aufbauspieler, weil er eben die technischen Fähigkeiten auch hat. Der sich mittlerweile gut zurechtgefunden hat. Und Saman. Für Gönner G. Beide wollen noch in die Final Four. Das merkt man. Kein Tor. Aber Felix Lobrecht und Kontrakar beide hier. Da die Jungs von Beton Berlin natürlich noch mal deutlich motivierter. Die schlechteste Offensive hat Beton Berlin ganz formal. Aber das muss nichts heißen. Die Tricots. Shop.ballerleague.de unter der Woche. Mir sind auch ein paar in die DMs geslidet. Die Baller League hat sich gemeldet auf dem Insta-Kanal. Das hat ein bisschen was gedauert. Das lag daran, dass die Tricots exklusiv in Portugal produziert werden. Und dann ist wohl alles auf dem Weg. Und dann ist wohl alles auf dem Weg. Die sind unterwegs, die Teile. Marcel Reisgis mit dem Abschluss. Und Eberling. Krasnicki. Und Engels. Eberling. Super Grätsche da hinten raus. Und Beton Berlin hat die schlechteste Offensive. Zahnen mit der Grätsche. Aber sie haben eine ziemlich gute Defensive. Die zweitbeste nämlich der Borla League. Und deswegen sind sie mittlerweile auch Tabellensechster und schnuppern an dem Final Four. Das ist Gönnercys Trainer Sandro Stupia. Dac. Der ist immer für den Tor gut. Der Mann mit der Zwölf. Koray Dac von Türkspor Dortmund. Taktisch geprägtes Spiel in den ersten 10 Minuten. Keiner will eins kassieren. Und beide haben ja auch schon heftige Pleiten kassiert. Aber beide wollen eben unbedingt noch ins Final Four. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich trau's beiden zu nach einem eher mäßigen Start in die Borla League. Da mussten beide ja an den ersten zwei Spieltagen heftiges kassieren. Aber jetzt schraubt Beton Berlin dieses verschlossene Ding auf. Dac mit der Vorarbeit. Und dann irgendwie ein ganz krummes Ding. Ist das ein Eigentor? Ja. Eigentor von Hayrula Alici. Letzten 1,5 Minuten bis zum Game Check. Und jetzt noch Gioner C in der Antwort. Hier ist der Mann mit Eberling. Keiner abseits. Der Tor ist der Tor. Der Tor ist der Tor. Und Reiche macht wieder ein überragendes Spiel. Der Tor ist der Tor. 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 Und wie singt Kontra K., der hier gestern in Köln noch ein Konzert gegeben hat. Und unter anderem seine Jungs von Beton Berlin eingeladen hat. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen. Das kann man, glaube ich, ganz gut ummünzen auf die Sportkameraden von Beton Berlin. Und jetzt der Gamechanger. Let's take the stand. Higher, higher than you've ever been. Stand tall like every breath. I mean, higher. You ain't gotta settle in. Cold places they've never been. We goin' higher, non stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we goin' higher. It's time to go higher. Oha, und gleich im ersten Spiel ein Kracher. Three-Play heißt im ersten Spiel. In den letzten drei Minuten. Drei gegen drei. Da kracht's meistens. Hier nochmal der Treffer. Ja, Eigentor. Von Alici unglücklich. Prinz ist in der Haus. Auch George Boateng ist da. Und jetzt geht's weiter mit dem Three-Play. Drei gegen drei. Für die letzten drei Minuten. Und was ich sagen wollte gerade. Mit dem Satz Blutschweiß und Tränen und so. Das ist schon sehr passend auf Beton Berlin. Denn die sind wirklich... Keiner hatte mit denen gerechnet. Und dann sind sie hier vielleicht heute. Im siebten Spiel in Folge. Ohne Niederlage. Alle Achtung. Von ganz tief unten kam sie. Felix Lobrecht hat schon vom dritten Spieltag gesagt, wie hoch verlieren wir heute. Und plötzlich waren sie da. Und haben das Remis geholt. Zwei in Folge. Dann der erste Sieg. Und so weiter und so fort. Übrigens kurze Info hier von meiner Seite. Die Halbzeitpause im ersten Spiel. Etwas länger als sonst. Die verdoppeln wir. Die verlängern wir. Ramadan ist der Hintergrund. Damit beide Teams. Anfrage von beiden Teams. Was essen können. In der Halbzeitpause. Weil die Sonne dann untergegangen ist. Das nur kurz zur Information. Die Halbzeitpause heute. Etwas länger war eine Anfrage. So von Beton als auch von Gönnergy. Der ist mal gut gespielt. Und das ist die Chance. Aber Reichel überragend im Tor von Gönnergy. Das dürfte Sascha Hellinger und Monte gefallen. Abschluss vom sehr fleißigen André Pascal Vlies. Der immer wieder gut die Breite hält. Nicht nur im 3 gegen 3. Wer neu dabei ist. Wir verändern in den letzten 3 Minuten. Jede Halbzeitpause. Die Regeln ein wenig. Und das muss das 1-1 sein. Vom überragenden Mann der letzten Woche. Okan Dönmez. Verpasst hier sein fünftes Saisontor. Hat in der Jugend beim 1. FC Köln gespielt. Letzte Minute der ersten Hälfte. Kurz zur Einordnung. Die Gönnergy Allstars vor diesem Spieltag 8er gewesen. Durchaus noch mit Chancen auf das Final Four nach dem Sieg letzte Woche. Tore. Und Zahnen für Beton Berlin. Zahnen Reichel. Der ist einer zum Warnwerden für Niklas Reichel. Im 3-Play hat Beton Berlin mehr vom Spiel. Aber noch nichts zählbares. Vlies. Und das wird vermutlich auch nichts mehr werden. Hier fallen die Tore oft sehr zahlreich im 3 gegen 3. Heute bisher noch nicht. Gibt es noch die eine Chance für Gönnergy. Krasnici. Der Abschluss kommt noch. Aber Reisgis ist da. Es bleibt beim 1-0 für Beton Berlin. In einem sehr interessanten ersten Spiel, wie ich finde. Man merkt, es geht um was. An Gameday 9 der Bola League. Vor dem großen Finale am 8.04. in Düsseldorf. Baba Grafati noch im Gespräch mit Liridon Krasnici. Der enorm gescored hat. Letzte Woche. Heute bleibt das Tor von Beton Berlin. Noch eine verschlossene Dimension. Für Gönnergy. Also nochmal. Verlängerte Halbzeitpause. Ramadan ist der Grund. Die Jungs können dann in aller Ruhe was essen. Und ich gebe ab. Und jetzt ins Studio. Da sitzt der Sportkamerad Max Stimmler. Bei Conan und bei Laura. Yes. Denn im Anschluss spielt dann eben Harztag gegen Streets United. Schön, dass du da bist. Klar. Wir quatschen natürlich gleich über dein Spiel. Erstmal zu der Partie, beziehungsweise zu der Halbzeit, die wir gerade gesehen haben. Conan, man hat so das Gefühl, Max auch gerne deine Meinung dazu, dass beide Teams sich so ein bisschen rantasten. Also so richtig trauen tut sich gerade keiner was, oder? Sehr kontrolliert, ja. Gerade im 3 gegen 3. Das war wie beim Handball die ganze Zeit. Den Ball rumgereicht am 16er. Sehr defensiv. Sehr gut. So guter Vergleich. Wir können ja mal drauf gucken. Ein paar Chancen haben wir dann schon gesehen. Von Beton. Gönnergy. Ziemlich wenig ehrlich. Ich bin hier mal ein gescheiterter Ball von Kasichy. Und dann jagt. Klazer Schuss. Alter. Ich glaube es war schönfältig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Knallt das Teil genau ans Lattenkreuz. Richtig schönes Teil. Königs war es. Entschuldigung. Und danach ist nicht viel passiert. Wieder langer Ball von Gönnergy. Der kam dann auch nicht so richtig an. Und dann kamen halt so ein paar Situationen, wo Beton mal zum Abschluss kamen. Super Aktionen hier bei außen. Aber halt auch ein bisschen Glück. Ein ärgerliches Tor. Eigentor mit dem Hals. Auch noch nicht gehst. Eigentor mit dem Hals. Da wird es sich mal richtig geärgert haben. Aber das ist halt so symbolisch für dieses Spiel. Es passiert nicht besonders viel. Es braucht so ein bisschen, ich will nicht sagen Gurkentor, aber ein Zufallsprodukt, um mal wirklich was zu sehen. Das war ein schöner Pass. Das war ein sehr guter Pass. Aber da muss man auch mal den Reichel loben. In der Kiste von Gönnergy. Der verliert so ein bisschen die Aufmerksamkeit, weil natürlich vorne so viel passiert bei Gönnergy. Gerade im letzten Spiel. Aber Reichel ist richtig gut zu Schlimpfosten. Macht er gut. Schauen wir mal auf die Blitz-Tabelle. Auch für dich ganz interessant, Max. Wie schnell hier sich auch alles wieder ändern kann. Denn Beton Berlin jetzt aktuell, wir sind es auf der 3. Rucki zucki geht das für dich vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil ihr seid aktuell das Schlusslicht. Richtig. Ja, wir können ja der Top 4 gar nicht mehr schaffen. Selbst wenn wir jetzt alles gewinnen. Ist das so? Ja, das ist so. Auch mit den Zusatzpunkten sind wir da leider raus. Aber wir versuchen jetzt nicht letzter zu werden. Neues Ziel. Das ist das Ziel. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ich kann mir vorstellen, dass sich das viele auch anders vorgestellt haben, als sie von dir gedraftet worden sind. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das erste Spiel 6-1 gewonnen gegen Montes Team. Wir sind sofort ins Turnier rein, dann unentschieden gegen Spandau. Da dachten wir wirklich, ja, Top 4 ist hundertprozentig sicher. Aber dann sind auch die anderen Mannschaften echt gut geworden. Dann wird dreimal ärgerlich unentschieden gespielt. Und dann fehlen die Punkte. Ja, aber woran hattet ihr legen? Ja, das ist die Frage. Ich glaube echt, das Umschaltspiel. Ja, ja, ey. Super, dass du das ansprichst. Wir wurden sehr, sehr oft ausgekontert. Letztes Spiel war, ich habe das nochmal angeschaut und da habe ich gemerkt, die greifen an, aber wenn sie den Ball verlieren, auf einmal Unterzahl hin. Ja, die waren immer Unterzahl. Genau. Und das ist ganz simpel, Umschaltspiel, wie du sagst. Safe. Verteidiger auch verletzt. Bei uns sind drei Verletzte in der Mannschaft. Ein paar Wildcards, die öfter kommen wollten, konnten dann auch nicht mehr kommen vom Verein aus. Und da waren wir ein bisschen wenig. Von dir wollen wir gleich noch wissen, wer deine Favoriten jetzt auf das Final Four sind. Damit aber erstmal kurz zu Tone, der für uns hier in der Halle natürlich immer wieder unterwegs ist und auf Stimmenfang ist. Richi zu guter Pasen bei mir. Erstmal willkommen hier wieder bei der Baller League. Mein Freund, was ist euer Geheimnis? Ihr habt heute ein wichtiges Spiel und ihr habt schon 15 Punkte gesammelt. Das ist krank. Genau. Ja, das Team ist sehr gut. Aber wenn wir jetzt über ein Geheimnis sprechen, könnte ich das enthüllen. Und zwar ist das wieder der wichtigste Mann von uns. Also ist er nicht Präsident Knabe oder wie? Bitte? Ja, das ist ja nach außen schon. Aber intern bei uns wissen wir ganz genau, dass wir ohne ihn halt so gut nur wären. Was zeichnet das aber so krass aus? Also was macht er genau mit euch? Ja, der geht halt akribisch mit uns den Gegner durch und erklärt uns auch, wie wir anlaufen sollen und wie wir generell spielen sollen. Die Harmonie mit dem Trainer Hans Pasta vor allen Dingen. Und ja, deswegen stehen wir auch da, wo wir gerade stehen. Und heute geht es gegen Prinz Team und gegen Dias Team Käfig-Tiger. Was habt ihr euch da so ein bisschen vorgenommen heute? Besonders vorgenommen, so wie wir immer, dass am Ende des Tages das Spiel gewinnen werden. Und ja, gleich werden wir uns wieder gut drauf einstellen, auf den Euro von unseren Gegnern. Und dann werden wir hoffentlich auch wieder gewinnen. Und was sagen die Videoanalysen? Kam da ein bisschen was raus? Gibt es eine Schwachstelle? Natürlich. Wie gesagt, der ist ja nicht umsonst so gut und wir sind nicht umsonst so erfolgreich. Von daher findet er schon die Schwachstellen und ja, wo wir unsere Sterne dann noch aufbauen können. Alles klar. Dann viel Erfolg euch. Wir gehen rüber zu Laura und Conan. Ja, Eintracht Spandau ist ja auch so ein heißer Kandidat für das Final Four. Hier sehen wir jetzt erst mal die Cheerleader, die Gönnergy ordentlich anpuschen. Auch Eintracht Spandau hat ja immer wieder Ideen. Wer ist denn dein Favorit oder deine Favoritin für das Final Four? Boah, das hat so oft die Leistung geändert, wo, keine Ahnung, auf einmal hat Gönnergy Allstars letzte Woche 7-0 gewonnen, wo die hervorragend gespielt haben. Das geht oft umher. Wie, gegen welches Team haben wir nochmal 4-0 verloren? Die sind auch Top 3. Du, Last Ligas Ladies ist eine Möglichkeit. Ja, das sind die. Last Ligas Ladies. Okay. Die haben schon sehr sicher gespielt. Ich glaube, wir hatten gegen die keine Torchance. Die waren trotzdem vorne gefährlich. Das ist, glaube ich, mein Favoritenteam. Die waren schon sehr stark. Okay. Hier spielt ihr heute gegen Streets United. Die sind ja auch oben mit drin. Vielleicht entsteht dann nochmal ein neuer Favorit. Ja, aber was hast du jetzt mal deinen Jungs mitgegeben? Habt ihr vielleicht auch nochmal gesprochen, wie ihr das Ganze jetzt die letzten drei Spiele angehen könnt? Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt... Vorher hatten wir halt immer Druck. So K.O.s Spiel. Wir müssen gewinnen, sonst können wir nicht mehr in der Final Four kommen. Der Druck ist jetzt weg. Jetzt können die Jungs Spaß haben. Vielleicht ist das auch das Geheimnis. Vielleicht gewinnen wir jetzt. So. Und damit schnell zu Robby. Denn die zweite Halbzeit steht in den Startlöchern. Danke dir. Sehr cool, danke. Dankeschön, Laura. Dankeschön, Conan. Und dankeschön, Trimax. Boba Krafati ist bereit. Gleich also. Zweite Hälfte. Beton Berlin führt 1-0. In einem auf beiden Seiten offensiv noch recht puristisch geführten Spiel. Chad, haut mal rein. 1 Beton Berlin, 2 Gönner G. Was glaubt ihr? Und jetzt gerade gehört. Oh ja. Da kommen die Einsen und Zwei. Oh, relativ ausgeglichen, oder? Jetzt gerade gehört bei Trimax. Also sein Team, Harztag Royale, rechnerisch noch nicht raus. Die können noch, aber vermutlich nicht mehr mit den allergrößten Chancen, Rang 4 noch zu erreichen. Für Beton und für Gönner G geht es noch um sehr viel. Und Lukas Podolski macht Fotos. Das ist stark. Hat Lukas Mengele unserem Stammfotografen hier die Kamera weggenommen. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ein echter Podolski. Hänge ich mir an die Wand. Zeig euch, wie es ist. Und jetzt die Freistoßchance für Gönner G zum Ausgleich. Maxi Beister will den Hammer aufpacken. Der Beister schießt ihn. Dustin Zahnen auf den Punkt. Krasnicki, Eberling, Eberling, der will alles zu. Zahnen haut die Wade dazwischen. Das tut weh. Zahnen. Und Reiski ist hinten der spielende Goalie. Den habe ich euch immer mal wieder vorgestellt. Der Torhüter von Beton Berlin, ein ganz wilder. Der knipst gerne mal zweistellig in der Mittelrheinliga als Stürmer. Ist aber ausgebildeter Torwart. Und seit Spieltag zwei auch bei Beton Berlin in der Hütte. Zahman war ganz stark weggeblockt von Marco Königs. Montes Mannschaft liegt zurück. Noch, aber die können. Letzte Woche war das hier eine Eruption bei dem Sieg. Und Beton Berlin hätte gerne seine dritte Ecke nach dem Kopfball von Vlies. Jawohl, es ist die dritte Ecke und damit der Elber. Reiche geht dazwischen. Drei Ecken, ein Penalty. So läuft das hier in der Border League und die Chance jetzt auf 2-0 zu stellen. Kontra K und Felix Lobrecht on fire. Kontra K hat hier gestern noch das Konzert gegeben in Köln. War ein fettes Ding, Lukas Podolski war auch da. Marco Königs. Königs! 2-0 mit Tom Berlin. Ja, unhaltbar. Der ist brutal gut geschossen. Da passt keine Stadionzeitschrift mehr dazwischen. Und wir haben es gerade eben in der Halbzeitpause bei Conan Forlong und Laura Hofmann und Trimax im Studio gesehen. Beton Berlin flirtet nicht nur mit Rang 4. Die sind richtig dran. Und das ist der Blick auf die beiden, Sascha Hellinger und Monte. Ich glaube, die glauben noch dran. Krasici. Naja, die Boatengs sind auch da. George und Kevin Prinz nachher noch mit den Käfigtigern im Einsatz hier. Das ist alles machbar in der Border League. Ich habe schon fünf Treffer gesehen in zehn Minuten. Also es ist noch nichts verloren für Gönnerczyk. Ein, zwei, drei, drei! Papa Siebe, 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 Papa Siebe. Ha occurred kurz. heure通bar, kommst du da auf eine Höhe? Keine Höhe, keine Höhe. Noch einen Schritt nach, komm Leute. Alles klar. Und das ist die Vodafone 5G-Camp, bin ich Fan von. Und ihr habt gesehen, wie nah und heftig das hier zugeht. Hier hat es gerade den Ball auf den Kommentatorenplatz gechippt. Und unser Tablet hat es runtergejagt. Aber wird hier wieder aufgestellt. Deswegen kann ich gerade Chet nicht in Chet sehen. Jetzt wieder. Und das ist was, das 3-0. Egri, letzte Woche auch getroffen. Und Hinze mit dem nächsten Abschluss. Wie wollen hier zwei perfekte Tage krönen nach dem Contra-K-Konzert letzte Woche in Köln? Ein Sieg würde sie Richtung Final vorhiefen. Da spielen dann die vier besten Teams. Wie genau das geht, werden wir euch bei Zeiten noch sagen. Und jetzt eskaliert es. Referees sind da. Krasnicki und Marco Metzger, der Wildcard-Spieler von Beton Berlin, haben sich da vermutlich nicht verabredet, um nachher miteinander zu feiern. Aber ihr habt es gerade in der Schiricam einmal gesehen, wie heftig es hier zur Sache geht. Und die Älteren werden es kennen. Es hat so ein bisschen fast Oliver Kahn, Stefan Chapuisar-Vibes. Schön, dass wir auch eine Kiss-Cam eingebaut haben hier bei der Border League. Freistoß, Alici. Aha! Aha! Alici! Das ist ein Plottwist. Der Mann mit dem Eigentor, jetzt mit dem Freistoß-Tor für seine Mannschaft. Alici! Oh ja, und da wackelt sich schon wieder die Streamer-Move. Gegensätze. Super Freistoß von Hyrule Alici, der sein drittes Tor schießt in dieser Border League. Und plötzlich ist Gönner-G wieder da. Finn Hinze ist Stand jetzt. Pre-Match-Player of the Game. Krasnicki und Reichel auf 2 und 3. Finn Hinze, der Mann mit der 30 bei Beton Berlin, der hier jetzt unter anderem den Zweikampf führt. Ganz wichtiger Mann, der Lücken stopft. Und... viel in der Defensive macht. Krasnicki. Dack gegen Dönnes. Es ist ein hartes Spiel, gleich zu Beginn. Aber der Beton ist aufgeknackst. Ball ist frei. Ball ist frei und wird geballert. Uhr ist angehalten. Wichtig für Gönner-G. Der Ball ist hier alles klar. Geht ihr noch zwei Schritte? Einen Augenblick. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Hier, meine Höhe. War schnell ausgeführt, zu schnell ausgeführt. Ball war noch nicht frei. Ball war noch nicht frei. Treffer zählt nicht. Ich hab die Mauer gestellt. Hab ich dir gesagt. Hab ich dir gesagt. Hab ich dir gesagt. Und ihr hört die Anweisungen der Rebs. Hat der Shirin gesagt. Es war noch nicht frei. So, genau. Und jetzt auch Pfiff, wie eben. So könnte ich stehen bleiben. Und jetzt die nächste Möglichkeit. Dack. Dack gegen Krasnicki. Lerndro 15 ist jetzt dabei mit der Nummer 11 bei Gönner-G. Auch eher stürmischer Mann. Auch schon getroffen hier in dieser Saison mehrfach. Aber sie kriegen jetzt vorne keine Tiefe mehr rein. Stand jetzt. Wir haben aber noch ein bisschen was. Das Spiel kann weitergehen. Vlies und Reichel, Hinze. Sechs Minuten noch für die Mannschaft von Sascha Hellinger. Und Monte hier noch einen Unentschieden mitzunehmen. Am neunten Spieltag im Opener-Match. Wir haben insgesamt elf. Und dann das große Finale. Quasi Spieltag zwölf. Das Final Four in Düsseldorf. Und Krasnicki kennt seine Pappenheimer. Krasnicki kennt seinen Pappenheimer. Nämlich Leridon Krasnicki, der hier den Textiltest mal ausführt. Bei Terry Danso. Der Mann vom FC Bayern Alzenau. 24 Jahre alt. Zehn Einsätze diese Saison. Terry Danso, der Mann mit der Elf in der Hessen-Liga. Fünf Minuten noch. Mauer steht. Egri. Volker Negri. Auch der spielt beim FC Bayern Alzenau. Drei Länderspiele für die türkische U18-Nationalmannschaft. Hat der Absender dieses Schusses einst absolviert. borderleague.de slash tickets. Da gibt es die Karten fürs Final Four. Ein paar Resttickets gibt es noch meines Erachtens. Drei Skis, da merkt man, dass der auch spielerisches Blut hat in seinen Wehen. Der Torwart von Beton Berlin und den hält nichts hinten. Der will immer auch mit einleiten. Der Torwart von Beton Berlin und den Karten. Es bleibt bei diesem hauchdünnen 2-1. Ah, er foult 15. Also es ist ein Kontakt da. Es ist aber kein übles Foul. Also kann man auch anders sehen. Es ist ein Kontakt da. Kannst du pfeifen, musst du aber echt nicht. Also ein ganz leichter Kontakt. Und so bleibt Grenergy drin in der Partie. Und jetzt die Galaxy Minutes. Drei Minuten unter modifizierten Regeln. Seit dem Freistoß-Tor haben wir keinen Torschuss. Wie sehr wollen die Jungs das ins Finale? Ich habe das Gefühl, gar nicht. Ich habe das Gefühl, gar nicht. Ansonsten bringt man mal einen Ball ins Tor oder aus Tor. Oha, klare Ansage vom Teammanager Monte, wie wir da gerade gehört haben. Wie sehr wollen die Jungs ins Finale? Gar nicht, hatte das Gefühl. Vielleicht zeigen sie es ihm jetzt mit noch mehr Unterschirmung in den Galaxy Minutes. Galaxy Fair Play heißt, jedes Foul wird mit einem Platzverweis geahndet. Das war deutlich von Monte. Ball gespielt, sagt der Ref. Und das ist jetzt die Chance für Eberling. Oh, das wäre es gewesen zum Ausgleich. Übrigens, zwei Ecken für Gönner. Man könnte auch auf eine dritte Ecke und damit auf Penalty gehen. Meister. Ganz clever, wie Beton Berlin das macht. Wirklich also gegen den Ball enorm stark. Eberling nach Pass von Beister. Gibt es noch die eine Chance. Ich würde sie noch geben, aber vielleicht auch ein Konter für Beton über Vlies. Macht er sehr hübsch. Königs, der Mann, der hat schon betroffen und trifft. Ein drittes Mal. Nein, aber Vlies. Aber Vlies. 3-1. Ganz salts. Rückgang, der Mann! Wirklich! Gönner, G. muss aufmachen, läuft in den Konter. Königsding ist schon fast drin und an vlies. von Ganzen. Unglücklich wie Reichel den Ball da. Direkt fließt, vor die Füße patscht, aber in der Hektik des Geschehens. Es ist noch nichts verloren für Gönnergy. Es gibt noch Spieltag 10 und 11. Aber jetzt wird es natürlich ganz schwer. Halbe Minute noch. Und Reichel wieder. An ihm hat es definitiv nicht gelegen. Und jetzt ist es vorbei. Beton Berlin ist nicht zu stoppen. Siebtes Spiel in Folge ohne Niederlage. Kontra K und Felix Lobrecht Mannschaft marschiert und marschiert weiterhin in Richtung Top 4. Was für eine Mannschaft. Das muss man schon sagen. Die hatte keiner auf dem Zettel nach den ersten zwei Spieltagen. Und guckt euch das an. Lobrecht und Kontra K. Wer nicht schifft, ist kein Berliner. Was für Bilder in einem klassischen Kampfspiel. Wir wollen nach Düsseldorf. Was ist hier los? Tone, der versucht unten bei der Lautstärke ein Gespräch zu führen. Und zwar mit dem ehemaligen Profispieler Marco Königs von Beton Berlin. Was ein Spiel seit Marco Königs. Glückwunsch. Drei Punkte mitgenommen. Ihr habt jetzt 16 Punkte im Sack. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Hast du überall gespielt? Ja, meine Leistung ist egal. Das Team hier ist wichtig, dass das Team funktioniert. Ich bin seit letzter Woche dabei. Ich sehe die Jungs. Die sind so heiß. Die sind so geil, Mann. Das macht so Bock. Und dann haben wir hinten wieder schön ein bisschen wie Atletico gespielt. Und vorne haben wir dann, ja gut, eiskalt würde ich gar nicht sagen, weil wir hatten viel mehr Chancen. Hätten noch mehr machen können. Aber einfach geil. Jetzt feiern wir mit unseren Jungs auch Kontra und Felix Lobrecht. Überragend. Einfach geil. Und du hast es gesagt, ihr seid das Atletico. Die sind im Viertelfinale. Wie nah seid ihr am Final Four der Baller League? Ach, ich sag, also ich bin einer eher, der ein bisschen vorsichtig ist. Ich gehe von Spiel zu Spiel. Wir müssen nächste Woche, haben wir wieder ein schweres Spiel. Ich meine, das sind wieder Phrasen, ich weiß. Aber ich gehe von Spiel zu Spiel und nächste Woche wollen wir wieder gewinnen und wollen in die Final Four. Das ist ja wirklich klar. Und Glückwunsch zum Sieg und wir gehen rüber zu Laura und Conan. Let's go. Ja, neben uns sitzt jetzt eine...